schönen guten tag meine freunde auf maverick tv und zwar ist die winterpause auf maverick tv noch vor dem winter vorbei und wir legen sofort mal mit neuen unboxings los und zwar ist hier das gute stück schon mal da das erste eine neue kollektion vom joghurt mit der ecke und zwar die sorte mumbai mango papaya sehr schönes design wie ich finde und ich bin jetzt mal auf die früchte drin gespannt ihr kennt den altbewährten joghurt mit der ecke hier ist immer die überraschung drin und hier ist der joghurt drin jetzt ziehen wir es ab geht immer leicht von der hand muss man wirklich sagen geht wirklich leicht von der hand und was haben wir hier drin hier haben wir die gute papaya mango frucht so sieht es aus mit schönen festen stückchen drin wir kosten es mal pur erst mal sie wirklich wie ein kleines gold stückchen aus unfassbar früchtig jetzt befördern wir die ecke sanft dem inhalt zu dem joghurt hinzu mischen die papaya mango frucht mit dem müller joghurt und kosten das jetzt noch mal wirklich sehr empfehlenswert und das gute an der sache heute es war bei kaufland im angebot für 29 cent also meine freunde für 92 habt ihr zehn stück von mumbai mango papaya super angebot super joghurt super geschmack auf diesem sinne danke dass ihr auch nach der winterpause vor der winterpause wieder zurück seit auf maverick tv peace out